Hallo, ich bin David und willkommen zu einer neuen Folge von Bußgeldcatalog.org. In diesem Video erfahrt ihr alles Wichtige zum Stufenführerschein und der Klassenerweiterung beim Motorrad. Was ist ein Stufenführerschein? Stufenführerschein bedeutet, dass ihr eure aktuelle Fahrerlaubnisklasse beim Motorrad nach zwei Jahren um eine Stufe erhöht. Das ist ab Klasse A1 möglich. Wer also einen A1 oder A2 Führerschein hat, kann nach zwei Jahren auf die nächsthöhere Klasse aufstocken. Von A1 auf A2 oder von A2 auf A. Der Vorteil beim Stufenführerschein ist, dass ihr die Klasse A, mit der ihr alle Krafträder fahren dürft, früher machen könnt als beim Direkteinstieg. Normalerweise liegt das Mindestalter hier bei 24 Jahren. Mit dem Stufenführerschein aber geht das bereits ab 20, da ihr Klasse A2 bereits ab 18 erwerben könnt. Wie funktioniert die Klassenerweiterung? Um eure Führerscheinklasse zu erhöhen, müsst ihr in einer Fahrschule zuerst eine Prüfungsvorbereitung und danach eine verkürzte praktische Prüfung von 40 Minuten machen. Prüfungsvorbereitung bedeutet aber nicht, dass ihr nochmal Theorie- und Praxisstunden nehmen müsst. Ein Fahrlehrer wird euch mit dem größeren Motorrad fahren lassen und einschätzen, ob ihr damit zurechtkommt. Wenn ihr grünes Licht gibt, stellt ihr euch die entsprechende Prüfungsreife aus und lässt euch zur praktischen Prüfung zu. Wenn ihr aber einen A2-Führerschein habt und nicht zwei Jahre auf die Klassenerweiterung warten wollt, könnt ihr abkürzen. Und zwar durch eine Ausbildung mit reduzierter Stundenzahl. Wie funktioniert die Ausbildung mit reduzierter Stundenzahl? Reduzierte Stundenzahl heißt, ihr absolviert zuerst ein paar Fahrstunden mit einem Fahrlehrer und macht dann die praktische Prüfung. Hierfür müsst ihr drei Überlandfahrten, zwei Autobahnfahrten und eine Nachtfahrt mit jeweils 45 Minuten machen. Danach geht es schon zur Fahrprüfung. Zu guter Letzt noch ein Hinweis für die Autofahrer unter euch. Kennt ihr die B196 Führerscheinerweiterung schon? Die ermöglicht es euch, mit eurem B-Führerschein 125er Motorräder zu fahren. Welche Voraussetzungen ihr hierfür erfüllen müsst, erfahrt ihr in diesem Video. Habt ihr sonst noch Fragen zum Stufenführerschein beim Motorrad und zur Klassenerweiterung? Dann stellt sie uns in den Kommentaren. Hat euch dieses Video gefallen? Lasst uns ein Like da und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Video von Bußgeldkatalog.org.